die stadt den schöne insel hier also die insel ist aus dem meer aufgetaucht wer es nicht gesehen und jetzt müssen wir rauskriegen was hier los ist ja wir haben ja feiertag bei uns geht das alles klar bei dir kommt ihr kommt ihr klar mit eurer arbeit oder ist zu viel was passiert nichts passiert was wollte er uns damit sagen hier vielleicht ok so nicht hier kann man auf jeden fall ein bisschen chaos stiften so eine brücke machen ja wie kann man das hier umschubsen ach so ich kann doch ähm boah wie war der alternativschuss so ja ja ich versuch's ja da und oh ist zu weit ok dann machen wir nochmal hier hin oh komm diesen und nee sag mal das ding einfach mal runterziehen oder hier rüber zählen nicht sooo berauschend ein bisschen bewegt es sich aber nicht so viel machen wir so schon langsam ne weil ich weiß es und klopp klopp ok weiter weiter noch ein stück ok gewollt dass das so lahm vorangeht ok kann ich das noch runterziehen und runter macht er nicht ok runter macht er nicht ok 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 wie krieg ich das runter weiter da muss ich einfach noch weiter rüber um was zu triggern ja genau ok dann gehen wir mal da hoch ok 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 das sieht aus wie ein geisterschloss definitiv ok kann man das benutzen ok ogóle kchina ok ok Ich habe das ja auf der 360 damals gespielt, das Originalspiel. Aber hier war ich nicht. So weit war ich dann doch nicht, fällt mir gerade auf. Was haben wir denn hier alles? Kann man da rein? Nee, dann gehen wir mal da oben gucken. Lebt da Frankenstein? Ah, doch. Den Hof kenne ich. Doch, doch, doch. Boah. Ja, ich wollte es gerade sagen. Da muss man doch drehen, um da den Weg zu öffnen. Boah, da weiß ich aber nicht mehr, wie das geht. Muss ich, äh, muss ich rauskriegen. Das ist viel zu lange her. Oh, come on. Oh, guck mal. Oh. Blöde, Kiecher. Zumachen. schwarzer schleim denn weg schleim ist ziemlich effektiv muss ich hier mal erwähnen so weiter kommt der nächste weg weiter weg noch zu aufwertung kaufen okay was können wir uns denn jetzt leisten schockschlag hitzerreduzierung einpacken da muss man doch nicht runter das kommt bestimmt gleich oder ich verwechsel das aber das wäre sehr großer zutat ja das ist das muss man das rad drehen damit die tür wieder aufgeht ja ja hier liegt irgendwo was kommen wir eigentlich durch ok ok let's keep moving so do you want to buy ok ok verfluchte seite fakt okay so muss man wissen in welche richtung zu drehen ist und gar nicht das sondern das andere ja schade muss man da mal rüberkommen irgendwie gehen wir mal da lang da ist es muss nur gucken in welche richtung was soll jetzt ist das wieder gut ist das überhaupt der richtige weg das zu tun oder man kann verschießen sie in der kette ok probieren wir es mal schnell bewegt sich nicht ja wie denn dran schießen ja mach ich ja das ist die richtige richtung ok Up your feature. okay klappt doch und wir können wieder eine aufwertung kaufen was gibt es jetzt überladungs impuls verbesserung so und rein da Hmm. Wait. What? Alyssa is a Shandor? Why does this always happen to me? I meet a girl. She's crazy about me. But she always turns out to be some kind of unbelievable fixer-upper. This is all making sense. Alyssa must have inadvertently triggered the mandala because she has Shandor blood. She doesn't know it. When I did her profile, she told me she was adopted. Some coincidence, huh? You don't really believe this happened by accident. No. Someone must have known and set this up. The mayor did say that Peck personally recommended Alyssa to be the guest curator of the Gozer exhibit. Once a Peck, always a Peck. Okay, when the turn is done, I'll pass the rest. Shandor must have employed hundreds of workers for years to build this place. The support are waterlogged, the mortar is decrepit and the foundation is shattered. In purely physical terms, there's no way all this things could happen. You sound like you're surprised. No. It's really. It's beautiful in a horrific way. You can't deny the pure genius of Shandor. It's a pity that it was all used for evil. If you would have just channeled someone for good. The things he could have done. Okay. Da kann ich mich wieder nicht dran erinnern, ne? Ist nur so Bruchstückehaft. Wo ich mich an was erinnern kann. Was dann einfach zu lange her ist, ne? Ist klar. Okay, aber hier müssen wir... Oh. Irgendwas tun. Zumachen? Nein. Was vielleicht bewegen? Nee. Ah, nee. War das nicht... Man muss verschiedene Räume was machen, damit es hier weiter geht. Okay. Warte, lass das mal hier gucken. Okay. 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 dann gehen wir mal in den raum hier gut auf mich Peter, was machst du denn? Oh, hier ist er wieder. Komm, komm, komm. Ja, jetzt können wir da rein. Hey, wo ist die Kette? Ja, es ist los. Ja, cool, Breeze. Komm, komm. Ich wurde getrennt von der Gruppe. Okay, okay. Mhm. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Oh, nicht gut. Okay, geht gar nicht weg. Dann weiter. Geht das echt nicht weg? Soweit es erreichbar ist. Aber immer noch sauber. Vielleicht geht es dann weiter. Was macht das? Nichts. Oh. Aber kommt da die schwarze Brühe her? Könnte man meinen. Okay. Da kann ich aber nicht rein. Schön, dass du wieder da bist. Wie geht es dir? Hast du ja wahrscheinlich auch gefeiert, ne? Wie soll es denn hier weitergehen? Ah. Kann man hier durch? Sollten es sein. Ja, das kann man. Was liegt denn da? Nichts besonderes. Okay. Vielleicht mal desinfiziert. Spielgarten. Garten. Okay. Mir geht es gut. Ich chille gerade mit einer Cola vom Stream. Das klingt doch gut. Boah. Ich werde angegriffen. Chillen mit einer Cola vom Stream ist so. Perfekt. What? Ja, ich will ja eben das, ähm, das Spiel zu Ende machen. Das ist, so wie es aussieht, das Kapitel und noch ein Kapitel. Dann, äh, machen wir eine kleine Pause. Dann, wenn wir was zu Abend essen. Und dann, ähm, höchstwahrscheinlich wieder Fortnite. Gott, Alter. Ich werde mich so verlaufen hier. Was macht der eigentlich Taschen oder Taschen? Bin ich ja, ne? Hier gibt's ein, ein Kuli zu finden. Da, hier. Diese Steuerhalter eines uralten Schiffs knarrt. Echt? Und was auch immer da noch stand. Ja, aber gut. Dann war das hier schon mal nicht der richtige Weg. Was ist mit dir gerichtet? So, zurück. Warten wir hier lang. Und schauen mal. Hoch. Ich werde verfolgt. Geh weg. Hm. So. Okay. Wo geht's hier weiter? Und, äh. Oh, guck ich will das an. Warte mal. Oh. Guck ich will das an. Warte mal. Okay. Vielleicht ist es ja sogar der richtige Weg. Ja, das sieht schon anders aus. Ja. Definitiv. Links rum. Also meine Theorie ist ja, seit vielen Jahren in jedem Spiel, links rum gibt's Loot und Goodies. rechts rum ist dann immer der Ausgang. Deswegen erstmal links gucken, ob wir irgendwas einsammeln können. Was ist denn hier los? Ein Zeus. Ein wunderschöner Tag. Na, wie war die Berufsschule? Nö. Oh ja, trink ich das recht. Aus der fantastischen Mischel-Tasse. Achso, Mischel, falls du ne Tasse mit deinem Namen drauf haben willst, check den Shop. Mischel, mal dran. Mischel, ja. War ja, die Nice. War gut, ja. Tippi Tippi. Tippi Tippi. Genau, trinkbait heißt back in action. Okay. So, ich musste schreien hier ablassen. Wo soll ich das denn veranstalten? muss man gucken ob wir irgendwo knöpfe sind oder irgendetwas mit pumpe starten kann noch mal auf der anderen seite etwas drücken das wollte mause fallen oder wir machen so vielleicht leist ich glaube das ist schon mal nicht falsch hier ne noch keinen dritten müssen ich glaube das dingen will mir ärger machen hier auch schon erledigt blöd wie ich erweck durch zu machen noch so eine tatsächlich ja alles klar macht das ich mache es nachher auch noch wenn ich das hier durch habe erst mal was was essen bevor wir dann wo ich komme nicht weg und ich komme darunter warum geht er auf gehe ich mal rein ist doch dunkel da wollte ich rein ja ist uns wirklich eine gute idee absolut ich sag mal guten appetit verdammt verdammt wird da wohl aufgehen ne ok dann müssen wir mal gucken wie wir diese tür da aufkriegen weil dahinter ist was eindeutig blöde schleim ist auch noch weg vielleicht öffnet sich ja dann sogar schon die tür vielleicht aber auch nicht wie war das denn mit dem versteckten türen ich glaube schleim war das mit diese geister türen ich glaube schleim war das mit diese geister türen ist voll mit dem schleim ne äh so komm dann gehen wir immer wieder raus und gucken mal ach so ist ja zugegangen ne oh hier oh hier ja lass ich erstmal da durch ja ja ich habe gesagt lass mich da durch naja da habe ich jetzt verlaufen verdammt verdammt eine dünne plastik box ein artefakt aus der zukunft ghostbusters tv ja die gab es 1984 noch nicht das ist was aus der zukunft also ich nehme mal an die türen öffnen sich so wie ich die gänge laufen soll nämlich von alleine noch einer ja die spikling ich kriege aber nicht alle und hier lang hier gibt es ja auch keine map oder so ne dass man gucken kann also es ist alles so ein bisschen auf gut glück nach gefühl kann ich nicht aufmachen was zu ach guck mal das ist der raum vom anfang oder ne ist auch noch was ne ok warte mal warte mal ist auch Schleim ne ok so wo warte mal wenn du warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal Vielen Dank.